Willkommen bei der Wahl zum Tor des Jahres. Vorschlag Nummer 1. Tor des Monats Oktober von Amel Beglerowitsch gegen Libertalegio. Vorschlag Nummer 2. Tor des Monats November von Ivan Krinjic im Derby gegen Carinthia. Vorschlag Nummer 3. Tor des Monats Dezember von Dilber Euler gegen Dynamo Tristingtal. Vorschlag Nummer 4. Tor des Monats Jena von Aleksandar Stankowitsch gegen Jutik Reisnici. Vorschlag Nummer 5. Tor des Monats Februar von Advan Potsderac im Derby gegen Carinthia. Vorschlag Nummer 6. Tor des Monats März von Karinjic im Derby gegen Diamant Linz. 1 zu 0 für Jutik Reisnici. Karin Ramic mit dem Schuss aus der zweiten Reihe. Hotchip noch dran am Ball. Aber der war A platziert und B vermutlich etwas zu überraschen. Musik Musik